Das ist hier oben schon falsch rum. Das heißt, wir müssen diesen komischen, hässlichen Rand nach oben machen. So. Dann ist das hier oben nämlich gleichmäßig hässlich. Okay. Gut, dann ist das wohl so. Ähm... Slips. Nein. Machen. Ja. Da lachen sogar die Hühner. Aber von wo? Äh, so. Zack, zack. Joa, 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 joa. Ja, es ist ohne Lampe deutlich schöner. Da, da, da. Ähm... Da... Da mischt der auch, äh... Moment, ich bin sofort wieder da. So. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren dabei stehen geblieben, dass mir die Slaps ausgegangen sind. Nicht wahr? Wir machen einfach mal ein paar. Wir brauchen da sowieso noch. So. Na, fast. Und hier oben die Reihe. auch noch mal. Na komm. Ups, eins zu viel. So, so, so. Es wird doch langsam. Es wird doch langsam. So, ähm... Hier einen hin. Hier einen hin. Äh... Hier einen hin. Hier. Hoppa. Hier. Hier. So, jetzt geht das wilde Ausrichten wieder los. Äh... Gut. Der Schraubendreher überlebt das eh nicht mehr. Siehste. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich das hasse, diese Dinger zu drehen? Das ist so unendlich unintuitiv. Das ist echt unglaublich. Hm. Wir werden sie eh alle brauchen. Ich seh das doch jetzt schon. So. Das passt. Das... Passt auch. Keine Ahnung, ob das passt. Das wird sich gleich zeigen. Ähm... Doch, guck mal hier. Das passt auch. Die hässliche Seite ist oben. Wobei sie sieht allgemein sehr hässlich aus. Aber gut, da kann man wohl nichts dran ändern. Ähm... Ups, ups, ups. Ups. Es wird auch nicht besser sein, wenn die jetzt gedreht werden, weil dann wären die auf einer Seite scheiße und auf der anderen Seite okay. Das heißt, so sind sie auf beiden Seiten halbwegs okay. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung so. Jetzt haben wir von den Dingern keine mehr. Na super, dann haben wir da auch keine Steine mehr von, die wir noch benutzen können. Das heißt, wir müssen mal eben gucken. Aber ich glaube, da waren keine mehr, ne? Ne. Dann müssen wir eben welche brennen. So, 45. Ich hoffe mal, das reicht. Hinein damit. So, kurz warten. Es wird schon langsam wieder Tag. Ich sehe das hier schon. Ah, es sieht schon gut aus. Oh, kann es ja echt nichts sagen. Es wäre natürlich, wenn der Sonnenaufgang tatsächlich richtig wäre und nicht irgendwie so auf der Hälfte hier anfangen würde, wenn man mal hoch geht. Vielleicht kriegen wir das noch gezeigt auf die Schnelle. Ne, schon zu spät. Aber wenn man, äh, hoch genug ist, dann hat man nämlich hier den Horizont irgendwie hier oben auf der Höhe. Das sieht total merkwürdig aus. Äh, soll wohl auch nicht geändert werden. Warum auch immer. Nehmen wir es so hin, wie es ist. Äh, beeinflussen können wir es sowieso nicht. Hoffen wir nur, dass die Steine inzwischen fertig sind. Naja, fast. Machen wir mal ein paar Steinsteine hier. So, zack. Und dann hauen wir mal ein bisschen was in den Ofen hier. Äh, in die, in die Säge. Wir brauchen von diesem hier. Zack, zack. Na, hätten wir gar nicht so viele gebraucht, ne? Zack. Okay. Zack. Andererseits kann man immer mal gebrauchen. Vielleicht bauen wir ja noch mal irgendwo einen Bogen. Äh, mhm, mhm, mhm. Ach, ey, das ist... Ja, 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 lach du nur. So. Das... Rotiert andersrum. Das rotiert andersrum. Das rotiert... Andersrum. Das rotiert richtig rum. Ne, das rotiert natürlich nicht richtig rum. Doch. Aber hier geht das auf einmal. Das ist... Ich hasse Schraubendreher, ich hasse Schraubendreher, ich hasse Schraubendreher. Kann man die eigentlich irgendwie wieder recyceln? Also quasi Müll, naja gut. Ah, wir brauchen von diesen hier. Ach gut, der hätten auch sechs gereicht. Zack, zack, zack. Also die eine Seite geht immer irgendwie besser als die andere Seite, ich das Gefühl. Hä? Leg mich doch am Arsch, ey, ganz ehrlich. So gut, das ging jetzt aber. So, ja, also hässliche Seite ist oben. Soll man eh nicht hingucken. Ja, schöner wäre es, wenn es innen mit Kante wäre, aber man kann ja nicht alles haben. Beziehungsweise könnte man schon, ähm, aber gibt die entsprechenden Objekte nicht. Weil ja so scheiß wie, äh, die ganzen Treppen drin sind. Und das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr. Die Slabs hier, die normalen brauchen wir nicht mehr, ne? Also wir können eigentlich einiges eigentlich rausschmeißen aus der Mods, äh. Aber nein, weil nein. Na gut, ähm, so, jetzt wollen wir das Ganze hier mal ein bisschen auflockern mit einer Tür. Die Tür, die Tür, die müsste dann aber nach unten, das heißt, hier müsste eh alles noch eins rüber. Genau, wir wollten das ja eh alles um eins verschieben. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Die Wegform, die ist ja okay. Das hängt halt nur an der falschen Stelle an. Äh. Zweimal? ja gut da bleibt er dann halt gerade aber dann haben wir hier zumindest so ein hier guck mal hier zack zack fast wenn wir die auf dem boden licht klappt das auch dann rücken wir den einen rüber der kommt eins rüber ich ziehe das jetzt einfach mal für alle durch beziehungsweise habe ich doch bestimmt eine schaufel dabei genau gut sollte ich natürlich auch dahin legen wo ich sie brauche so rum da eins rein ups irgendwie so jetzt ist auch egal jetzt kann er da auch bleiben wir holen den immer stückchen weg ach ich bin voll wir holen den da mal weg holen wir den so weit weg weil dann haben wir nämlich hier auch noch schön das das gras einmal rum so wie das hier ist dass es hier eben dann ja einen schönen absatz gibt das heißt hier kommt auch noch graschen ja wir holen es erstmal weg gucken wir gleich mal wenn wir das machen so erstmal kommt jetzt hier auch wieder rein hier ist ja nur weil hier der durchgang ist also hier würde es halt auch gehen jetzt wäre das hier aber an mehreren stellen drei breit das heißt ne der kommt nach innen hier kommt eben noch mal ein bisschen fleisch in die backen dann haben wir nämlich jetzt breit das heißt hier oben geht es dann einmal ja es wird halt ein sehr eckiger weg aber ne hier bleibt offen weil wir ja hier irgendwie rum wollen wir müssen hier rum also so quasi oh ne oh ne oh ne oh ne nein den weg den bauen wir anders den weg den bauen wir das wir gehen hier nämlich schon rein wieder eins nicht. Hier kommt Cobblestone Nein, hier kommt kein Cobblestone ich weiß nicht, wer die weg baut ganz ehrlich wir lassen das erstmal eh scheiße Blöder Weg. Hör ab. Wir wollen dich hier nicht. Oh, jetzt kann man nämlich hier schon mit Erde zumachen. So. Ah. Der Weg wäre dann... Wäre dann da und wäre dann da, dann müssen wir hier doch ein bisschen umbauen. Oh ja. So. Äh. Och, Junge. Das heißt, der Weg, der geht hier. Also wir müssen hier irgendwo mit Cobblestone rein. Obwohl, müssen wir das? Äh, müssen wir das? Wir müssen irgendwie runterkommen. Wie haben wir das denn? Wir kommen sonst nirgendwo runter, so komisch. Also hier ist auf jeden Fall hier wird auf jeden Fall der Weg längst laufen. Ähm. Das und... Hier wäre dann die Treppe. Gut, die es natürlich nicht mehr gibt. Aber sie wäre dann da. Hier läuft weiter der Cobblestone längs. Beziehungsweise, der läuft nicht ganz weit. Der läuft bis hier. Und dann kriegt er nämlich... Äh. Hier so ein, dass es eins runter geht. Und dann ist... ist... Ist hier nämlich erst mal zu. Und dann ist hier wieder auf. Und hier ist auf. Und hier ist auf. Und hier ist Cobblestone. Und hier ist Cobblestone, nicht wahr? Und hier Cobblestone. Jo, 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 jo. Jo, 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 jo. Und hier müsste... Äh, hier Cobblestone. Und... Hier Cobblestone. Komm mal, den Scheiß auch noch mal hier. So. Dann kommt die Fackel wieder an die Wand. Dann ziehen wir hier oben noch eine Reihe wieder rein. So. So. So, ja, halbwegs natürlich aussehen. Natürlich. Ähm. Gut. Gucken wir mal eben nach dem... Nach dem Hammer. Den haben wir ja auch noch. Der gute Hammer. Beim Werkzeug. Natürlich beim Werkzeug. Äh, wir nehmen mal den angebrochenen. Der... müsste eigentlich noch reichen. Pow, pow, pow. Damit haben wir jetzt den Cobblestone klein. Pam. Äh, was haben wir gesagt? Hier, 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 hier. Hier. Jo, passt. Und hier. Jetzt ergibt das auch langsam alles in Sinn. Naja, mehr oder weniger. Ähm. Wir müssten das noch eins rausziehen, nicht wahr? Wir müssten hier ansetzen. Ops. Gut. Ist nicht schlimm. Kann man machen. Weil's ja hier sonst irgendwie nur so eine Schrägverbindung wäre. Die müssen ja hier gerade rumgehen. Gut. Das ergibt dann auch wieder Sinn. Zumindest vom Logischen her. Weil's hier dann wieder runter geht vorher. Das heißt, hier ist Kies. Hier kommt... Kein Kies. Ich hab doch die Schaufel irgendwo. So, wir füllen hier mal mit Erde auf. Hier kommen die Treppen wieder hin. Und dann ist mir das hier irgendwie ein bisschen zu schmal. Hier ist er auch breiter, ne? Hm... Kies, Kies. Kobbel, Kobbel. Es wäre so richtig. Wobei dann hier eben das erst wäre. So. Also es muss ja theoretisch so sein, weil hier, äh, über Kreuz und hier geht die Treppe runter. Also nicht über Kreuz, äh, hier so schräg rüber, sondern hier eben in den Winkeln. Äh. Also rein vom Logischen her ist es so richtig. Sieht halt nur nicht gut aus. Das ist das Problem. Hm. Aber so wäre es halt wieder falsch. Äh, Quatsch. Oder wir scheißen einfach drauf. So. Jetzt ist es hier richtig, jetzt ist es hier richtig und es sieht nicht so extrem schäbig aus. Wir lassen das jetzt so. Obwohl hier zu müsste rein, theoretisch, aber komm. Wir lassen das jetzt, das ist okay. Na gut, okay ist, ja, aber nö. Was ist denn hier verbaut? Hier ist ein hier von und ein hier von. Haben wir denn da noch welche von? Nein, wir haben auch kein Cobblestone mehr dabei. Was ist hier denn los? Äh, nee. Die waren schon richtig hier. Zack. So, dann geht es hier hoch. Und dann müsste es eigentlich hier oben so weitergehen. So. So ist schön. Das heißt, hier kommt dann auch. Pam, pam, pam. Ne, ne, Erde muss rein. So. Machen wir hier und hier. Und... Da lassen wir Erde. Sind das endlich die Falschen? Three Quarter. Ah, das sind die Richtigen. Warum ist der so komisch platziert? Das hat der andere doch gerade besser hingekriegt. Ach ne, das sind Slaps, ne? Das sind Slaps und Käse hier. So ein Unsinn. Hier sind ja Slaps drin. Ja, pfff, ja. Ja, ja, ja. Hier auch. So. Ach, ich bin schon wieder voll. Egal. So. So sieht scheiße aus. Ja, holen das hier mal nochmal weg. Und dann gehen wir hier irgendwie eins tiefer. Und dann tue ich erst noch ein bisschen Kram weg. So, ein bisschen was einsammeln hier. Ach, krass, kann man liegen lassen. Äh, bim, bim. Bim, bim. Da ist es verpufft. Das ging jetzt aber sehr schnell mit dem Auflösen. Ja, genau. Stimmst du mir zu, ne? Ähm. Ah, ah. So. So, so, so. Kommt man dann hier nämlich hoch. Und. Es sieht halt immer noch nicht gut aus. Gut, dann ist das wohl so. Äh. Wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie. Jetzt haben wir dieselbe Scheiße wie auf der anderen Seite auch schon. Ähm. So Stein nach Stein. Das ist irgendwie alles so ein bisschen komisch hier. Also, das ist das, das ist das, das ist das, das ist das. Das. Erstaunlich, dass ich kein Cold Stone noch habe, ne? So, 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 so. Und hier, wo ich gerade dabei bin. Vielleicht kurz ein Häppchen mal. Hom, nom, nom. Nom, 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 nom. So. Dann machen wir nämlich ganz einfach hier auch noch zu. Dann haben wir hier so einen kleinen Platz, den wir für irgendwas nutzen können. Das ist doch auch hübsch. Also, hier ist das Mini-Feld, kann man da vielleicht anlegen, so, äh, so Deko-Feld oder sowas. Dann machen wir einfach Wasser da unten drunter. Ich habe es vorhin noch gesagt, nun weiß ich nie, wozu man den Wassereimer braucht. Und dann machen wir nämlich hier wieder so. Und dann können wir nämlich hier dann schön Feld einpflanzen. Gucken, was wir da hinpflanzen. Man kann zwar verschiedene Sachen machen, dass so dekomisch sich hier ein bisschen was wächst. Hier ist alles schön grün. Das können wir auch hier so lassen. Hier geht es halt wieder hoch. Hier könnte man ja auch irgendwie mal ein, irgendwas wachsen lassen. Hier und hier. Gut, hier wächst eh nichts. Dann ist dann hier eben, äh, wieder Gras drauf. Aber man kann hier noch was wachsen lassen. Wächst da dann was, dann wächst hier was. Gucken wir mal, dass wir irgendwas, äh, nehmen, was hoch wächst. Oder was, was sehr dicht wächst. Ähm, dass hier diese komische Ecke so ein bisschen kaschiert wird. Hier genauso irgendwie, dass das hier nicht so ganz einbetoniert aussieht. Und dann kann man nämlich hier schön, äh, jeweilig gerade, wir machen die Tür hier rein und können hier noch ein Fenster, hier an den Absatzen Fenster. Und hier eine Tür. Gut, äh, hier wäre dann eh irgendwie, gucken wir mal. Ah, so. So viel Scheiße dabei. Ich räume mal eben kurz ein bisschen auf. Ich räume mal eben kurz ein bisschen auf.